Musik Hallo und herzlich willkommen in Slavonien. Mein Name ist Oliver Hörner und ich möchte Ihnen heute einen touristischen Geheimtipp zeigen. Wir werden auch bereisen Baranja und Sürmien, aber starten werden wir in Osijek mit einer wundervollen Altstadt, einer Vielzahl an Kulturen, darunter auch deutsche Spuren. Wir werden einen unberührten Naturpark sehen, Weinbaugebiete, Pferdezucht und nicht zu vergessen die liebevollen und gastfreundlichen Menschen in dieser Gegend. Habe ich hier Interesse geweckt? Dann folgen Sie mir auf meinen Streifzügen durch das nordöstliche Kroatien. Osijek liegt am Ufer der Drau, nahe der Mündung in die Donau. Mit 120.000 Einwohnern ist Osijek die viertgrößte Stadt in Kroatien und das Zentrum der historischen Region Slavonien. 160 Jahre hielten die Osmanen die Region besetzt. In dem weitgehend entvölkerten Gebiet wurden später viele Deutsche, darunter Donauschwaben, angesiedelt. Bis 1918 hieß Osijek Essek. Deutsch war Amtssprache. Ehemals militärisch genutzte Gebäude gibt es viele in der Altstadt. In einer früheren Kaserne befindet sich das Staatsarchiv. Hier will ich mehr erfahren über die Anfänge der Stadt. Acht Kilometer Akten lagern allein hier. Weitere 20 noch unerschlossen außerhalb. Archivleiter Draschen Kuschen führt mich in den Kartenraum. Der älteste Teil der Stadt Osijek ist die Festung Essek. Die Festung ist gebaut von Prinz Eugen von Savoyen am Anfang des 18. Jahrhunderts. Von dieser ganzen Festung haben wir jetzt noch immer diesen Teil. Tvrdar, so der kroatische Name, war eine der größten Festungen Mitteleuropas. Sie sollte vor einem möglichen, erneuten Angriff der Osmanen schützen. Ich bin verabredet mit Ivor Mayer. Er ist Donauschwabe, spricht sehr gut Deutsch und will mir als Gästeführer die barocke Altstadt zeigen. Der Dreifaltigkeitsplatz wird dominiert von der Pestsäule von 1730. Als Votivsäule errichtet, sollte sie Garant dafür sein, dass die Pest nie wieder nach Osijek zurückkehrt. Hinter der Hauptwache mit Uhrenturm lugt die Jesuitenkirche zum heiligen Erzengel Michael hervor. Daneben die ehemalige kaiserliche Armeeverwaltung in Ostkroatien. Überall stoße ich auf Spuren dieser Zeit. Wie war das denn damals mit den Soldaten hier? Hatten die viel Ausgang, durften die viel raus? Ne, Freizeit hatten die nicht. Und nach sechs Uhr abends wurden die Tore geschlossen, Polizeistunde. Aber 25 Gasthäuser in der Osijekar Reeperbahn, die sind natürlich raus, mussten Bußgeld zahlen. Und das Stadtrat hat dann das Geld gesammelt und die Straßenbeleuchtung damit mit dem Geld finanziert. Das ist ja eine spannende Geschichte. Das heißt, ach daher kommt auch die Redensart, ich werde euch heimleuchten. Jetzt, jetzt wissen Sie Bescheid. Das war's. Die Straßenbahn von Osijek ist die älteste Kroatiens. Extra für uns wird ein Exemplar von 1926 aus dem Depot gezogen. Rot-Weiß, weil Wien das Verkehrsmittel finanzierte. Zum Straßenbild gehören heute auch fünf Straßenbahnen, die früher in Mannheim verkehrten. Ein Geschenk aus dem Jahr 1995. Ich fahre über die Europaallee. Das war früher eine Prachtstraße mit vielen Jugendstilvillen. Stadtpaläste im Stil der sogenannten Wiener Sezession. Viele Eigentümer trugen deutsche Namen. Heute sind hier vor allem Anwaltskanzleien angesiedelt, wegen der Nähe zum Amtsgericht. An der Europaallee steht auch dieses Museum. Es erhebt einen Kriegsschaden zu Kunst. Die neugotische Kirche St. Peter und Paul wird von den Osijekern ehrfurchtsvoll Kathedrale genannt. Bischof Strassmeier gab sie Ende des 19. Jahrhunderts in Auftrag. Sie ist das Werk des Bonner Baumeisters Franz Langenberg, der vor allem im Rheinland tätig war. Mit 90 Metern hat sie den zweithöchsten Glockenturm des Landes. 3,5 Millionen Ziegelsteine wurden verbaut. Die Osijekko-Brauerei ist die älteste Braustätte Kroatiens. Sie kann auf 350 Jahre Brautradition zurückblicken. Seit 1664 wird das Lagerbier nach deutscher Braukunst hergestellt. Und so heißt die traditionell gebraute Biersorte auch Brvo, das Erste. Das malzige, milde und süffige Bier gibt es auch als Schwarzbier. Osijek bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Dieses Boutique-Hotel in der Altstadt Brda ist ein liebevoll restaurierter Stadtpalast mit Atrium und großzügigen und stilvoll eingerichteten Zimmern. Oben auf dem Dach ein Pool mit herrlichem Rundumblick. Das Hotel Waldinger, ein Jugendstilbau von 1904. Er beherbergt einen Gourmet-Tempel, den renommierte Restaurantführer empfehlen. Namensgeber ist der slavonische Landschaftsmaler Adolf Waldinger. In der Küche laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Köche verarbeiten vor allem Produkte aus der Region, passend zur Jahreszeit. Kürbis im Herbst. Was wird denn jetzt hier vorbereitet für uns? Wir haben jetzt hier drei Speisen. Eine von denen ist Lammkeule. Das zweite ist Entenbrust. Und das dritte ist Kalbsbacken. Oh, sehr gut. Ist das jetzt Parmesankäse oder was? Nein, da sind Nüsse drauf. Ah, Nüsse, okay. Die Backen sind sehr weich und es muss etwas knackiger sein. Ein bisschen Crunch muss da rein, okay. Idyllisch am Fluss Drau liegt das Hotel Osijek. Chefkoch ist Tomica Djukic, der für das leibliche Wohl der kroatischen Fußballnationalmannschaft sorgt. Als Hamburger interessiert mich, ob Tomica auch Iwica Ulic kennt, der lange beim HSV gespielt hat. Wie ist Ulic denn privat? Isst er gerne dein Essen? Natürlich, weil sonst würde er ja nicht sagen. Alle, oder? Ja, und Ulic, ich bin ganz toll. Sehr gut, ja. Sehr positiv. Ein guter Freund und das alles, was kann ich sagen, jetzt. Okay. Und er kommt auch aus Slavonien? Ja, auch. Ulic, Mandjukic auch, Domago Vida auch und Koch auch. Chef ist auch. Ach, der Chef auch? Ja, guck mal an, alle aus Slavoni. So, und was werden wir denn heute bei dir essen? Das ist Zanderfilet. Okay. Wir nehmen dieses Zanderfilet und lassen es in Fett. Und wir machen das wie Koch in Fett. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie dein Essen schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt. Ich komme sonst noch mal rein. Okay. Alles klar? Okay, auf geht's. Danke dir. Abends erstrahlt die Fußgängerbrücke über die Drau in bunten Farben. Die Altstadt Vrda ist das Zentrum des Nachtlebens von Osijek. Bars und Kneipen sind gut gefüllt. Livemusik und Gesang schallen mir entgegen. Osijek war einmal das Zentrum der Getreideverarbeitung mit vielen Großbäckereien. Wir befinden uns an der Drau und hier gab es durch die Jahrhunderte, seit dem 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg, hunderte Wassermühlen, teilweise sogar 40 bis 60 aneinandergereiht. Heute gibt es nur eine. Die letzte wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und ein Enthusiast hat diese hier als Replika nachgebaut. Sollen wir die besuchen? Gerne. Ja, dann. Stanislav Davidovich hat 2008 das Projekt umgesetzt. Er bringt die besten Voraussetzungen mit. In seinem ersten Leben war er Seemann, dann Schreiner. Früher waren die Flüsse die Hauptverkehrsadern. Die Wassermühlen malten das Getreide. Die Landwirtschaft boomte. Wasser hat für mich als Hamburger natürlich eine große Anziehungskraft. Dort, wo die Drau in die Donau mündet, gibt es eine einzigartige naturbelassene Region. Auf robusten Holzstegen kann ich zu Fuß den Schilfgürtel erkunden. Ich befinde mich hier im Naturpark Kopatschgeried, eines der letzten Sumpfgebiete oder auch Auenländer ganz Europas. Ich werde mich heute mit einem Fernglas bewaffnen und auf Vogeljagd gehen und habe mich mit Rosziska verabredet. Sie ist Gästeführerin hier. Hallo Rosziska, grüße dich, grüße dich. Ist das unser Boot? Ja, es ist unser Boot und unser Kollege Marte, der will uns durch das Sumpfgebiet führen. Ja, bitteschön. Das Überflutungsgebiet von Drau und Donau ist eine Art Mini-Everglades. Ein geschütztes Sumpfgebiet, 230 Quadratkilometer groß, allein 300 Vogelarten tummeln sich hier. Und so ist Kopatschgeried vor allem für Vogelfans ein Geheimtipp. Die Kolonie von Kormoran besteht aus rund 1000 Paaren. Das Naturschutzgebiet verändert sein Aussehen je nach Jahreszeit. Mitte September ist es noch relativ trocken. Zweimal im Jahr jedoch werden große Teile vom Hochwasser der Donau überflutet. Für Kopatschgeried ist das auch sehr interessant, eigentlich sehr spezifisch, da hier der Wasserniveau variiert sehr und kann bis zu 8 Meter variieren. Wenn der Wasserniveau in diesen Flüssen steigt, kommt das Wasser durch die Kanäle in Kopatschgeried. Also das Wasser kommt quasi aus der Donau. Hier diese ganzen Wasserarme werden gespeist von der Donau. Ja, und zwar ungefähr 80 Prozent von diesem Wasser kommt aus Donau und 20 Prozent aus dem Fluss Drau. Weil Kopatschgeried befindet sich genau im Dreieck. In diesem Delta, ja. Ja, Delta. Also in allen Gebieten sind Überschwemmungen eine natürliche Katastrophe. Natürlich. Bei uns sind eigentlich unser Phänomen hier. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den trockenen Teil von Kopatschgeried zu erkunden. Hoch zu Ross. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Und am Ende des Ausritts ein erfrischendes Bad für die Pferde als Belohnung. Ferienhäuser in der näheren Umgebung des Naturparks gibt es für jeden Geschmack. Typ Rustikal. Reet gedeckt mit 100 Jahre alten Eichenstämmen aus Lawonien. Oder Typ altes Bauernhaus, idyllisch gelegen an einem Nebenarm der Donau. Liebevoll eingerichtet, mit historischem Mobiliar. Oder Typ modernes Ferienhaus. Mit jeglichem Komfort, inklusive Pool und Jacuzzi. Slavonien ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. Nördlich von Osijek Richtung Ungarn erstreckt sich die Region Baranja. Hier liegt Karanac. Das ist in ganz Kroatien bekannt für Ferien auf dem Bauernhof. Zahlreiche Anwesen sind mittlerweile restauriert und wirken sehr authentisch. Dennis und Gordonas Klepitsch vermieten Apartments und stellen zahlreiche Produkte selbst her. Ein paar Straßen weiter dieser Hof. Er war einer der ersten, den Visionäre bereits vor rund 20 Jahren restaurierten, um hier Ferien auf dem Bauernhof anzubieten. Das hier ist der alte Stall, liebevoll restauriert und heute ein Restaurant. Der Besitzer hier ist Richard und Richard ist Donauschwabe. Grüß dich, Oliver. Oh. Das haben wir vorbereitet für euch. Ein bisschen Spezialitäten. Das sieht ja gut aus. Und was ist das alles? Ja, das hier ist der Kulen, so eine Spezialität von Schweines Hackfleisch mit Schwarzwäffer, mit barenischer Paprika. Auch gehacktes, ein bisschen Liebe, ein bisschen Qualm und so. Das hier, das heißt hier, die kleine Schwester von Kulen. Die kleine Wurst, okay, die kleine Schwester. Da sind die Schweingrüben. Die Grieben. Ja, okay. Und da sind die verschiedenen Sorten von Käse. Ja. Und ein bisschen Schinken, so alles makrobiotisch. Makrobiotisch. Ich danke dir sehr. Ja. Wollen wir was essen? Ja, bedennt euch bitte. Angebe mir mal deinen Teller. In der historischen Außenküche des Gasthofs Darotz, übersetzt zum Hahn, werden Spezialitäten aus dem 14. Jahrhundert nachgekocht. Wie Pörkölt, ein ungarischer Gulasch mit gedünstetem Hahn. Oder Hecht im Mundier, also im Militärsmantel. Der Name rührt daher, weil der Fisch zum Schluss mit Zeitungspapier umwickelt wird, damit die Haut daran hängen bleibt. Diese Gegend hier ist ein Schmelztiegel der Nationalitäten. Das spiegelt sich auch im Essen wieder. Denn der ungarische Einfluss ist hier sehr, sehr spürbar. Denn das Essen hier wird mit Paprika gewürzt. Und ich befinde mich hier auf einem Paprika-Feld. Und das ist Ischwan. Grüß dich, Ischwan. Grüß dich. Und er baut hier die Paprika an. Ischwan, erzähl mir mal was, was für Sorten hast du denn hier auf deinem Feld? Das ist eine sehr scharfe Sorte Paprika. Das ist wunderschön. Das ist kleine. Ja. Das ist kleine Paprika, aber sehr, sehr scharfe. Das ist mit ungarischem Nationalessen. Ist ganz normal. Ist ungarischem Nationalessen immer scharf. Immer. Bisschen scharf oder sehr scharf. Also du hast hier verschiedene. Du hast sehr scharfe, du hast weniger scharfe. Ja. Ich habe, das ist drei, vier Sorte. Ja. Und das ist alles gemischt. Und dieser gemischt ist sehr schöne Aroma, sehr schöne Farbe und sehr schön scharf. Aber natürlich nicht so scharf wie Chili Paprika. Vier Hektar bewirtschaftet Ischwan. Alles Bio. Kein Einsatz von Chemie. Was aussieht wie lange Salami-Würste, ist natürlich Paprika. Vier Wochen wird er hier in langen Netzen Luft getrocknet. Den Schoten wird so Wasser entzogen. Die ist ganz frisch. Ja, das ist ganz frisch. Nachdem Stiele, Kelche und Samenkerne entfernt worden sind, wird dem Paprika nochmal richtig eingeheizt. Es geht in den Trockenraum. Hier verliert das Gemüse auch den letzten Wasseranteil. Hier ist immer 42 Grad. Also was mir hier auffällt, ist der Geruch. Also du hast hier so das ganze Aroma. Also hier entsteht die Magie von Paprika. Das ist das Schöne in dieser Paprika. Probieren. Das muss liegen hier neun oder zehn Tage. Neun oder zehn Tage. Ja. Und wenn die jetzt noch ein, zwei Tage in dem Raum bleiben, dann werden die gemahlen? Ja. Und dann ist es schon fertig? Und ganz schön fertig. Für knapp 140 Kilometer ist die Donau Grenzfluss zu Serbien. Hier bei Batina habe ich mir vorgenommen zu angeln. Ich habe Richard versprochen, etwas zum Abendessen mitzubringen. Aber wo beißen die Fische am besten? Ich habe Angler in ihrem Boot erspäht. Die frage ich mal. Ginter und seine Frau kommen aus der Nähe von Stuttgart. Sie sind Rentner und verbringen hier den Großteil des Jahres. Er ist leidenschaftlicher Jäger und Angler. Und du gehst jeden Tag angeln? Nein, also sagen wir zwei-, dreimal in der Woche. Das auf jeden Fall. Und dann abends jagen. Heute Abend gehen wir wieder jagen. Okay. Und was jagst du dann? Also im Moment Wildschweine. Das sind noch erlaubt. Und dann jetzt im Herbst, wenn da kriegen wir Schuss frei für den Reh oder Hischersch oder Spieser oder das Kalb. Oder je nachdem, was da gibt es überhaupt. Hast du heute schon was gefangen? Ja, klar. Zeig mir doch mal. Das ist ein schöner Hecht. Oh. Das kann ich euch für Abendessen schenken. Danke. Ja. Das ist Abendessen gesichert. Das ist Abendessen gesichert. Ich danke dir. Das auf jeden Fall. Das ist ja toll. Okay. Dann machen wir es los. Ciao. 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 Eine weitere Spezialität hier in dieser Gegend ist die Fischsuppe. Heute haben wir schon einen Fisch gefangen. Und jetzt werde ich mit Richard diesen Fisch zubereiten. Erzähl mir doch mal, was kommt denn alles in die Suppe rein? Meistens Leute hier, wenn die kochen, die benutzen nur den Karfen. Aber wir sagen, dass wenn du mehrere Sorten von Fisch hast, dann würde das Gericht noch besser. Und wir haben Glück gehabt, du hast Glück gehabt mit diesem Hecht. Ja. Und hier haben wir Karfen. Jetzt sollst du das abschneiden in Stückchen. Soll ich den vorher schuppen? Ja, sicherlich. Okay. Und dann schneidest du das in so ein Zoll. Ein Zoll. Ja. Okay. Jetzt noch Zwiebeln klein schneiden und den Fisch ausnehmen. So viel Wasser, wie du Fisch hast. Und noch ein Zoll mehr. Okay. 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 Nach 10 Minuten über dem offenen Feuer kocht bereits die Fischsuppe. Jetzt noch süßen, aber auch scharfen Paprika und Salz hinein. Und weiter brodeln lassen. Dann trinken wir einen Wein in der Zeit. Ja, sicherlich. Na dann. Komm. Nach einer gefühlten Ewigkeit fahren wir die beiden gut gefüllten Kessel mit Fischsuppe auf und sind gespannt, ob sie unseren Gästen auch schmeckt. So, Richard, setzt du dich zu mir? Das ist gut. So, wollt ihr auch ein paar Nudeln haben? Wie ruhig Nudeln? Das ist so. Erst Nudeln reintun. Und dann kommt das oben drauf? Ja. Okay. Und die meisten Leute essen das hier. Erstes Teller isst du nur Nudeln mit der Suppe. Und dann nimmst du den Fisch. Und dann nimmst du den Fischteiler und so. Okay. Warum ist es so? Frag mich nicht. Aber so ist es. Warum ist es so? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Okay. Sehr, sehr lecker. Ist genau richtig scharf. Oh. Mh. Das ist richtig gut. Ich habe etwas ganz Besonderes vor. Richard hat mich eingeladen, mit seinem Jeep ein bisschen die Gegend zu erkunden. Wollen wir los? Ja, sicher. Den Asphalt lassen wir schnell hinter uns und ab ins Gelände. Auf unbefestigten Wegen arbeiten wir uns durchs Unterholz. Da hinten, jenseits des Tales, das ist übrigens schon Ungarn. Jetzt noch über diesen unbefestigten Weg, dann hat uns die Zivilisation wieder. In Slavonien gibt es insgesamt vier Weinanbaugebiete. Eines davon ist die Barania. Ich habe den Jeep gegen ein Fahrrad eingetauscht, denn hier kann ich ganz bequem auf geteerten Wegen durch die weitläufigen Weinberge fahren. Barania heißt übersetzt die Mutter des Weines. Schon die Römer schätzen die nährstoffreichen Böden entlang der Donau. Oben auf dem Banovo-Brdo-Hügel lege ich einen Stopp ein. Was für eine wunderbare Weitsicht. Wenn man in der Region Barania ist, ist eine Weinprobe ein Muss. Ich bin eingeladen worden von Lajos Kola in seinen wunderbaren Weinkeller. Lajos, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Was für Weine erwarten mich denn heute? Das ist eine grüne Silvanien. Das ist eine sehr bekannte Sorte. Grüne Silvanien, haben wir schon gehört. Ja, bestimmt. Und das ist ein perfekter Weißwein. Natürlich bei uns die Weine sind relativ stark. Diese Silvanien sind 14,5 Prozent Alkohol. Das ist bei uns normal. Das ist ein sehr reicher Boden und haben wir viel Sonnenschein. Deswegen können wir sehr schönen Wein haben. Oh, sehr fruchtig. Ich darf mir mal ein Stück Käse nehmen? Das ist gut. Das neutralisiert den Geschmack. Zwischen zwei Weinen. Einem halbtrockenen Grauburgunder folgt ein Rosé. Die letzten zehn Jahre ist ein modernes Wein. Natürlich ist es immer aus roter Sorte, eine oder mehrere. Zum Beispiel diese Rosé ist aus zwei verschiedenen roten Sorten. Dieser Rosé vereinigt alle positiven Dinge der Rotweine und darüber hinaus. Während Rotweine drei bis vier Jahre reifen müssen, kann der Rosé unverzüglich verkostet werden. Wir stoßen noch mal an. Okay, noch mal an. Das ist ganz wichtig. Anstoßen ist immer wichtig. Vielen, vielen Dank, Lajosch. Ja. Danke dafür. Das waren schon mal die hellen Weine, die roten Weine. Wenn ich die jetzt trinken würde, dann kann ich nicht mehr weiterreisen. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank. Und ich nehme mir so eine Flasche von dem süßen Wein für meine Frau mit. Okay. Danke dir. Okay, danke schön. Ein Weinkeller ganz besonderer Art ist dieser hier. Sozusagen die Herzkammer eines außergewöhnlichen Ferienhauses. Er ist an einen historischen Weinkeller angedockt, der in den weichen Lössboden getrieben wurde. Der Weg vom Wein zum Wasser ist nicht weit. Und wenn es Heilkräfte besitzt, umso besser. Bizovace Toplice ist ein besonderes Thermal- und Heilbad. Mit 96 Grad Celsius aus 2000 Meter Tiefe ist das Heilwasser die heißeste Sohle Europas. Es ist außerordentlich reich an Mineralstoffen, enthält fast dreimal so viel Salz wie Meerwasser, dazu Eisen und Jod. Patienten können wählen zwischen ambulanter und stationärer Behandlung. Das Heilwasser wird für heiße Bäder, zur Unterwassermassage und Inhalation genutzt. Tja, wir sind hier in der Reha-Klinik Bizovace Toplice. Weil, wie im richtigen Leben, hat sich unser Mann vom Ton, Christian, einen Nerv eingeklemmt. Aber gut, dass wir hier sind, denn hier wird ihm geholfen. Komm, wir gehen auf Station. So, Christian, jetzt wird dir geholfen. Dann gib mir mal deine Jacke. Tja, leg dich hin. Ich schaue mich in der Zeit einfach mal hier um, ja? Und während ein Physiotherapeut meinem Kollegen leichte Stromstöße zur Schmerzlinderung verabreicht, werden hier in der Klinik auch rheumabedingte Arthritis sowie Haut- und psychosomatische Erkrankungen behandelt. Diese Lauflernmaschine wird bei der neurologischen und orthopädischen Rehabilitation eingesetzt. Sie wirkt unterstützend bei Patienten, deren Bewegungsapparat beeinträchtigt ist. Radfahren erfreut sich in Slavonien wachsender Beliebtheit. Und auch für Radtouristen hat die Region so einiges zu bieten. An Donji Miholyac zum Beispiel, 50 Kilometer nordwestlich von Osijek, führen zwei internationale Radwege vorbei. Der europäische Radfernweg Eurovelo 13, Spitzname Eiserner Vorhang, und der Drau-Radweg Drawa-Bike entlang des Flusses Drau. Er ist auf mehr als 200 Kilometern Grenzfluss zu Ungarn, bevor er in die Donau mündet. In Donji Miholyac ist Schloss Brandau-Mailat das Vorzeigeobjekt. 1906 im englischen Tudor-Stil fertiggestellt, ist das Jagdschloss das letzte seiner Art, das von einem slavonischen Aristokraten erbaut wurde. Noch drei Monate vor seiner Ermordung in Sarajevo im Sommer 1914 war der Thronfolger Österreich-Ungarns Franz Ferdinand hier zugegeben. Heute ist hier die Stadtverwaltung von Donji Miholyac untergebracht, was aber nicht heißt, dass es hier immer dröge und ruhig zugeht. Ganz im Gegenteil. Abends verwandelt sich das Schloss zuweilen zur Kulisse von Brauchtumsveranstaltungen. Das Tamborizza-Ensemble Panona hat sich für uns in Schale geworfen und spielt das Lied »Der letzte Wunsch«, obwohl mir so gar nicht danach ist, jetzt schon zu gehen. Derweil warten zahlreiche Delikatessen darauf, von mir verspeist zu werden, kredenzt von einer netten Dame im Kostüm von Ilmar Mailat, der damaligen Schlossherrin. Neben Christstollen und Rumtopf auch sogenannter Quittenkäse. Das sind kleine Häppchen-Quitten-Marmelade. Sie haben eine relativ harte Konsistenz und lassen sich schneiden wie Käse. Im benachbarten Restaurant Mailat muss ich erst einmal etwas Herzhaftes zu mir nehmen. Unter dem Riesenposter des namensgebenden Schlosses wird eine weitere Spezialisierung. Die Qualität der Region serviert. Ungarischer Gulasch, Wildschweinfleisch, dazu Knödel, Pilze, Schwarzbier ist auch drin und Pilzbrot. Am nächsten Morgen möchte ich mir das Gebiet um Erdut an der Donau anschauen. Erste Station ist Alimasch, mit einem futuristisch anmutenden Bauwerk in der Form eines Schwanes. Alimasch ist ein bekannter Marienwallfahrtsort. Hunderttausend Pilger und Touristen finden jährlich ihren Weg hierher. Die Kirche ist ein Neubau aus dem Jahre 2003. Gut zehn Jahre vorher hatten serbische Truppen das alte Gotteshaus im Kroatienkrieg völlig zerstört. Lediglich die Marienstatue blieb, wenn auch beschädigt, erhalten. Ein kleines Wunder. Ganz in der Nähe in Dai geht es weniger um Glauben als um Wissen und Grundlagenforschung. Hier steht das Geburtshaus von Milutin Milankovic, Mathematiker, Klimaforscher und Astronom. Insidern sind die sogenannten Milankovic-Zyklen ein Begriff. Das ist ein Klimamodell, das den Wechsel von Warm- und Eiszeiten auf unserem Planeten erklärt. Ursache sind periodische Schwankungen, wie die Erde um die Sonne wandert. Über Zeiträume von Hunderttausenden von Jahren ändert sich der Winkel der Erdachse und die Umlaufbahn. Die aktuell beobachtete Klimaerwärmung ist allerdings nicht durch Milankovic erklärbar, denn sie findet in einem wesentlich kürzeren Zeitraum statt. Dieser Blick ist atemberaubend. Die Kombination Wald und Wasser kenne ich ja vom Naturparko Patschgerid. Hier liegt mir eine riesige Halbinsel zu Füßen, die die Donau geschaffen hat. Ich bin in Erdut, einem weiteren Weinanbaugebiet in Slavonien. Das Weingut Britsica thront 150 Meter über der Donauschleife. Winzer Ivo bewirtschaftet mit 6 Hektar eine eher kleine Fläche, die es aber in sich hat. Er baut vor allem rote Trauben an, was für die Region eher ungewöhnlich ist. Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranatz. Dieser steht für eine alteingesessene, hochwertige Sorte aus Südosteuropa. Das Nachbarweingut Sieber ist etwas größer. Der Weinkeller wurde kurzerhand links des Hohlwegs in den Acker getrieben. Gleich nebenan befindet sich das Hauptgebäude. In seinem ersten Leben war der Donauschwabe Sieber Zahnarzt und Taubenzüchter, bevor er 2003 zum Winzer wurde. Sieber ist der erste, der hier in der Region Premium-Schaumwein nach Champagner-Methode herstellt. Das Weingut Erdut ist mit 500 Hektar das größte zusammenhängende Weingut in Kroatien. Der Weinkeller von 1730 mit seinem mächtigen Kreuzgewölbe beherbergt historische Weinfässer. Nicht zu übersehen ist das größte noch genutzte Fass aus lavonischer Eiche. Darauf Schnitzereien mit biblischen Motiven, darin 75.000 Liter Welschriesling. Na dann, Prost! Ich schlendere durch den Weinberg und entdecke diesen Turm. 70 Meter über der Donau. Er gehört zu einer Burgruine aus dem 14. Jahrhundert. In der Folge wurde er von den Türken ausgebaut, als sich das Gebiet im 16. und 17. Jahrhundert für rund 160 Jahre unter osmanischer Herrschaft befand. Nur wenige Relikte sind aus dieser Zeit erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Bischofsstadt Djakovo stoße ich auf historische Hinterlassenschaften. Mir fällt sofort die katholische Allerheiligenkirche ins Auge, die mit ihrer Kuppel doch recht seltsam anmutet. Kein Wunder, während der türkischen Besatzung war dies die Ibrahim Pasha Moschee, das einzige Beispiel von komplett erhaltener osmanischer Architektur in Slavonien. Wahrzeichen von Djakovo ist allerdings eine andere Kirche, die Kathedrale St. Peter. Richtig voll wird es einmal im Jahr im Sommer, wenn hier im Stadtzentrum ein überregionales Folklore-Treffen stattfindet, mit rund 100.000 Besuchern. Den Bau der neoromanischen Kirche gab 1866 Josep Strossmeier in Auftrag, der hier 55 Jahre als Bischof tätig war. Überall in der Region stoße ich auf Spuren des Langzeitbischofs, der auch ein einflussreicher Landespolitiker war. Das Grab Strossmeiers befindet sich in der Krypta der Kirche. Papst Johannes Paul II. soll das Gotteshaus als die schönste Kirche zwischen Venedig und Istanbul bezeichnet haben, als er 2003 zu einem privaten Besuch in der Stadt war. Musik Gleich nebenan der bischöfliche Weinkeller. 280 Jahre alt. In den 120 Fässern lagerten früher vor allem Rotweine. Heute konzentriert sich das Erzbistum vor allem auf Misnovino, also Messwein, und sogenannte Archivweine, die längere Zeit in Fass oder Flasche gereift sind. Bischöflicher Besitz war bis zur Verstaatlichung nach 1945 auch das Libizaner Gestüt Ivantvor, nur wenige Kilometer außerhalb von Djakovo. 300 Hektar Land gehören zum Gestüt. Selbstversorgung wird hier groß geschrieben. Jeden Morgen um 8 Uhr werden die rund 110 Stuten mit ihren Fohlen auf die Weide gelassen. Musik Übrigens, Libizaner kommen wie alle Schimmel schwarz und schwarzen. Braun oder auch grau auf die Welt. Die weiße Fellfarbe setzt sich erst mit sieben bis zehn Jahren durch. Mutterherde und Junghengste sind hier in Ivantvor strikt voneinander getrennt. Musik Diese Herde, junge Hengste hier, wird in drei bis vier Jahren erwachsen sein. Und dann kommen sie in den anderen Standort dieses Gestütes, unten in der Stadt. Und das schauen wir uns jetzt an. Musik Hier im Hengststall steht für die knapp 60 Tiere Training und Ressour auf dem Stundenplan. Musik Ivna ist Volontärin und verantwortlich für Chumi, so sein Spitzname. Sein richtiger Name ist etwas sperrig und beginnt mit einer fortlaufenden Nummer und enthält die Namen seiner Eltern. Auf dem Programm stehen heute hauptsächlich Galoppwechsel, aber auch Pirouetten. Die Hengste werden später als Paradepferde, Kutschpferde und zum Repräsentieren eingesetzt. Die Besten zur Zucht ausgewählt. Musik Ich befinde mich hier in der größten geschlossenen Reithalle Kroatiens. Hier wird Dressurreiten trainiert und ich habe mich verabredet mit Gesa Natsch. Er ist seit 32 Jahren Cheftrainer hier. Gesa, grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf. Gesa, worauf legst du besonders Wert, wenn du hier die Jugend trainierst? Wir arbeiten mit Lipzahnern Pferden und wir müssen Dressur machen, Vorführungen hier. Quadrilen machen wir mit Musik und machen auch Pas de Deux mit zwei Pferden. Das ist was für die Touristen. Wo Pferde sind, da sind auch Schmiede nicht weit. Wer Franjo Winkovic in seiner Werkstatt besucht, der kommt sich vor wie in einer Zeitmaschine, fühlt sich versetzt in längst vergangene Zeiten. Seine Maschinen stammen teilweise aus den 1920ern, vieles davon Marke Eigenbau. Franjo ist über Giacomo hinaus bekannt. Er versteht sich als Handwerker und Künstler. Franjo zeigt mir, wie aufwendig es ist, ein Hufeisen zu schmieden. Erfahrung, die richtige Hitze, aber auch eine Portion Coolness sind die Zutaten zum Gelingen des Projekts. Und dann erblickt ein neues Hufeisen in seiner typischen Form das Licht der Welt. Du hattest auch eine Geschichte zum Glück. Du hast eine Geschichte zum Glück. Wie legst du es auf die Tür? Wichtig ist, das Hufeisen so aufzuhängen, dass das Glück hinausfließen und sich verteilen kann. Also ein bisschen nach rechts oder nach links drehen. Dann steht dem Glück nichts mehr im Wege. Okay. Danke dir. Glücklich der, der nicht auf Schuster's Rappen unterwegs ist, sondern zu Pferd. Die nächste Ortschaft ist manchmal weit entfernt. Eine Viakerfahrt zu unternehmen oder selbst zu reiten, ist da schon viel angenehmer. Damals und auch heute noch. Auch hier im südlichen Teil Slavoniens an der Grenze zu Bosnien. Ich bin hier in Babina Greda, einer der größten Gemeinden Kroatiens. Der Haupterwerb hier liegt in der Landwirtschaft. Das hier ist ein typisch slavonischer Hof. Die farbigen Ziegelsteine verleihen dem Hof eine individuelle Note. Im Holzschuppen wird Mais getrocknet. Hühnergackern im hinteren Teil der Schweinestall. Die bäuerlichen Familienbetriebe stellen Wurst meist noch selbst her, wie zum Beispiel den Kuhlen. Nach der Hausschlachtung im Herbst wird er traditionell in Darmblasen gefüllt und anschließend mehrere Monate Luft getrocknet. Im Sommer hielten sich die Bauern auf ihren Aussiedlerhöfen in der Nähe ihrer Felder auf. Auf einen solchen Hof haben mich Schokzen eingeladen. Das ist eine südslawische Bevölkerungsgruppe, die ihre Traditionen in zahlreichen Folklorevereinen pflegen. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Musik mit Tanz spielt bei den Schopzen eine große Rolle. Immer mit dabei die Tamburica, die Langhalslaute. Die traditionelle Tracht der Männer sind Wolljacken, die den militärischen Grenzeruniformen aus dem 18. Jahrhundert nachempfunden sind. Dazu die typischen slavonischen Hüte. Im Backhaus bereiten die Frauen verschiedene Teigwaren vor. Ich lasse mich um den Finger wickeln und mich direkt einspannen. Soll ich mal? Okay. So? Ja. So ist gut? Nicht gut. Okay. Übung macht den Meister. Ich versuche es einfach noch einmal. Oh, oh, oh. Super. Super. Na, bitte. Danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Lecker, lecker. Ein ganz spezieller Gesang ist der sogenannte Becharaz. Ein Volkslied, bei dem auf lustige Weise geschimpft wird. Witzig, satirisch, zuweilen auch ein wenig schlüpfrig. Ein langer, ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende zu. Doch bevor es zu Bette geht, müssen noch zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden, wie zum Beispiel das Rupfen von Gänsefedern. Das klappt natürlich am besten in der Gemeinschaft. Und wie immer mit Gesang. Dann noch das Kopfkissen aufschütteln und fertig. Gute Nacht. Slavonien ist das ideale Ziel für Jäger und Angler. Der Boroviksee zählt zu den größten Stauseen Kroatiens. Er ist bekannt vor allem wegen seiner Riesenkarpfen. Und auch die Flüsse und Kanäle sind reich an Wels, Barsch, Zander und Hecht. Der Ort Cerna entstand am Zusammenfluss mehrerer Bäche. Wegen seiner vielen Brücken wird er auch Kleines Venedig genannt. An diesem Kanal finden sich alleine rund 60 Anglerstege, von denen die Petri-Jünger ganz bequem ihre Rute auswerfen können. Aus aller Welt kommen Liebhaber des Angelsports hier in die Gegend. Nicht nur, um an Wettbewerben teilzunehmen, sondern auch, um einfach die Landschaft zu genießen. Hobby- und Profijäger können in ausgedehnten Jagdrevieren auf die Pirsch gehen. Jagd hat hier eine lange Tradition. Wer idyllisch in einem zünftigen Jagdhaus übernachten will, der kann das in Cerna ebenfalls tun und wird darüber hinaus noch mit Wildspezialitäten verwöhnt. Zurück an der Donau möchte ich mir noch ein weiteres Weineinbaugebiet anschauen. I-Lok Am Hotel Dunav mache ich kurz Station. I-Lok liegt in Syrmien, eine Region, die sich bis nach Serbien erstreckt. I-Lok, die östlichste Stadt Kroatiens. Auf einem Hügel oberhalb der Donau steht ein Teil der mittelalterlichen Festung. Anfang des 16. Jahrhunderts kam die Stadt unter osmanische Besatzung. Aus dieser Zeit stammt dieses Mausoleum, Türbe genannt, und der Hammam. Das öffentliche Bad ist inzwischen rekonstruiert. Wahrzeichen und weithin sichtbar, die Kirche des heiligen Johannes von Capistran mit dem Kloster. Capistran war Mitte des 15. Jahrhunderts ein europaweit bekannter Franziskaner, Wanderprediger und Inquisitor. Auf dem Burgberg steht auch das von der italienischen Adelsfamilie Odescalci im Barockstil rekonstruierte Schloss. Als Verwandte des damaligen Papstes fanden sie ihren Weg nach I-Lok, nach Ende der türkischen Besatzung. Unmittelbar neben dem Schloss der alte Weinkeller, Stari Podrum. Er stammt aus dem Jahre 1450 und ist damit der älteste Weinkeller Kroatiens. Hier lagern ausschließlich Weißweine. Gästeführerin Ines holt für mich den kostbarsten Archivwein hervor. Komplett bedeckt mit royalem Schimmel, wie sie ihn nennt. Ein Premium-Traminer von 1947, der 1953 bei der Krönung von Königin Elisabeth II. im Buckingham-Palast serviert wurde. Eine Flasche kostet inzwischen 7.500 Euro. 11.000 Flaschen wurden damals geliefert. 200 Flaschen sind noch übrig. Die Zusammenarbeit mit dem britischen Königshaus besteht noch heute. Für die Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate 2011 lieferten die Iloczki Podrumi einen Traminer Eiswein. 4 Kilometer südlich von Iloczki Podrumi liegt das Landgut Prinzipovac, die ehemalige Sommerresidenz der Odescalci. Hier hielten sich die Familienmitglieder während der Jagdsaison und zur Weinlese auf. Heute wird das Anwesen als Vier-Sterne-Hotel genutzt. Die Fernsicht. Phänomenal. Auf dem hauseigenen Golfplatz an den sanften Hängen des Fruschka-Gora kann ich ein paar Bälle schlagen. Das Weingut Papak wurde erst 2014 gegründet. Aber schon jetzt darf es sich der östlichste Weinberg Kroatiens nennen. In der zweiten Oktoberhälfte findet die letzte Weinlese des Jahres statt. Aus diesen roten Trauben entsteht der begehrte Cabernet Sauvignon. Klein, aber fein. Auf überschaubaren 13 Hektar wachsen insgesamt sechs verschiedene Rebsorten. Mladen Papak war lange Kellermeister eines großen Weingutes, bevor er sich selbstständig machte. Herr Papak, wie schmeckt denn diese Traube? Wollen Sie probieren? Ja, gerne. Ja, schon. Darf ich? Ja. Sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Hat sehr viel Biss. Eine sehr starke Schale. Sehr gut. Sehr gut. Und der Wein, der fertige Wein? Der besteht genauer gesagt aus zwei Rebsorten, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, die sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Der fertige Rotwein braucht zwei bis vier Jahre, um richtig ausgereift zu sein. Dann schmeckt er cremig bis süß. Das Aroma erinnert an Pflaumen und Brombeeren. Heute Abend wird der letzte prall gefüllte Anhänger das Weingut erreichen. Die roten Trauben werden dann direkt verarbeitet. Und dann kehrt wieder etwas Ruhe ein. Tja, jetzt heißt es Abschied nehmen. Auf meiner Reise durfte ich wunderbare Dinge erleben. Ich war im Naturpark Kopatschgerit. Ich habe gesehen, wie der Wein angebaut wurde. Ich durfte ihn trinken und habe köstliches Essen genossen. Aber das Allerwichtigste, ich habe gastfreundliche und herzliche Menschen hier erlebt. Ich für meinen Teil. Ich komme wieder. Vielleicht habe ich auch Ihr Interesse geweckt. Also, bis dahin, Ihr Oliver Hörner.